Wir sprechen heute über die sieben schlimmsten Lebensmittel für ihre Nerven. Schädigung der peripheren Nerven ist oft der Grund dafür, dass sich ihre Hände und Füße kribbeln, Schmerzen oder taub anfühlen. Neuropathie ist der Name für diese Krankheit, was immer häufiger vorkommt. Etwa ein Drittel der über 50-Jährigen eine Art Nervenschädigung haben, was das Leben vieler Menschen definitiv weniger angenehm machen kann. Sieben sehr beliebte Lebensmittel verschlimmern die Nerven schneller, wenn man sie oft isst. Zuerst erkläre ich, was diese Dinge sind und wie man sie austauscht. Danach sprechen wir über die fünf besten natürlichen Wege, das die Wissenschaft herausgefunden hat, um dieses Problem zu verbessern und sogar zu heilen. Das betrifft Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Einfache Kohlenhydrate sind das Erste, was ihre Nerven schädigt. Zu den beliebtesten Nahrungsmitteln in der modernen Ernährung zählen. Weißbrot, Nudeln, Reis und zuckerhaltiges Getreide. Diese Lebensmittel sind auch einige der schlimmsten für ihre Nerven. Das Problem mit diesen Dingen ist, dass sie den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lassen. Ihr Blutzucker steigt in die Höhe, wenn sie etwas Süßes trinken oder etwas mit hohem Weißmehlanteil essen. Als Reaktion darauf schüttet die Bauchspeicheldrüse viel Insulin aus. Um den ganzen Zucker in ihre Zellen zu bringen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Aber mit der Zeit können diese Zuckerspitzen ihren Körper weniger empfindlich auf Insulin machen. Dann beginnen die Nerven zu schmerzen. Nerven im ganzen Körper können durch hohen Blutzucker geschädigt werden, was bei Erkrankungen wie Diabetes passieren kann. Diese Schäden beginnen oft mit Zittern, Taubheitsgefühl oder Schmerzen in den Füßen. Allerdings kann es mit der Zeit schlimmer werden und zu Problemen wie Gefühlsverlust oder Muskelschwäche führen. Auch der Verzehr von zu viel Zucker oder Weißmehl kann Ihren Körper ständig entzünden, was Ihre Nerven noch mehr belasten kann, wenn Sie das Problem nicht beheben. Was werden Sie tun? Reduzieren Sie zunächst die Menge an zusätzlichem Zucker und raffiniertem Mehl, die Sie zu sich nehmen. Wählen Sie stattdessen Kohlenhydrate aus Vollkorn, weil sie langsamer verdaut werden. Vollkorn hilft, Ihren Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Die meisten von Ihnen sind auch reich an B-Vitaminen, die für die Gesundheit des Gehirns wichtig sind. Alkohol ist eines der schlimmsten Dinge für Ihr Nervensystem. Ich rede nicht davon, ein Bier zu trinken oder ein Glas Wein mit Freunden am Wochenende. Ich rede davon, zu viel zu trinken und es immer und immer wieder zu tun. Was auf Dauer die Nerven schädigen kann, wie Vitamin B1, Vitamin B12 und Folsäure, die gut für die Nerven sind. Im schlimmsten Fall kann es zum Wernicke-Korsakow-Syndrom kommen. Ein Gehirnproblem, das auftritt, wenn Sie nicht genug Vitamin B1 bekommen. Der Neurochirurg Oliver Sacks hat diese Erkrankung in seinem Buch The Lost Mariner hervorragend beschrieben. In dem Buch konnte einer seiner Patienten keine neuen Erinnerungen bilden und verbrachte 30 Jahre am selben Tag im Jahr 1945. Sein Geist blieb in der Vergangenheit stecken und konnte nicht vorwärts gehen, obwohl das Korsakow-Syndrom sehr selten ist. Es zeigt uns, wie stark Alkohol unser Nervensystem beeinflusst. Der Schlüssel hier ist Mäßigung. Wenn Sie Alkohol trinken, versuchen Sie, die tägliche Trinkmenge zu reduzieren und nur gelegentlich Alkohol zu trinken. Und denken Sie daran, dass die empfohlene Tagesmenge Null ist. Dann gibt es Transfette. Sie haben vielleicht davon gehört. Diese Art von Fett wurde von der Lebensmittelindustrie hergestellt, um Geld zu sparen und den Geschmack ihrer Produkte zu verbessern. Ein Prozess namens Hydrierung verwandelt flüssige Speiseöle in Feststoffe. Aber diese künstlich hergestellten Transfette sind nichts, wofür unser Körper geschaffen ist. Die Nerven können steifer werden und weniger in der Lage sein, Informationen zu senden, nachdem wir sie gegessen haben. Aber das ist noch nicht alles. Auch Entzündungen im Körper werden durch Transfette verursacht. Wie wir bereits gesehen haben, bei einer lang anhaltenden Entzündung kann es mit der Zeit zu Nervenschäden kommen. Einige Studien haben sogar einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von mehr Transfetten festgestellt und ein höheres Risiko für periphere Neuropathie. Dabei handelt es sich um eine Nervenschädigung, die zu Schmerzen und Taubheitsgefühlen in Händen und Füßen führt. Wie können Sie diese schlechten Fette meiden? Lesen Sie zuerst die Lebensmitteletikett EN. Leckereien wie Kekse, Kuchen, Chips, Margarine und Fastfood enthalten oft Transfette. Um sie zu finden, suchen Sie nach den Wörtern teilweise gehärtete Fette oder teilweise gehärtete Öle in der Zutatenliste. Wählen Sie stattdessen gesunde Fette, die aus Gemüse stammen, wie Olivenöl, Kokosöl, Nüsse, Samen, Bananen und Nüsse. Diese Fette sind nicht nur besser für Ihre Nerven. Sie liefern Ihnen außerdem wichtige Nährstoffe und Fettsäuren, die für eine bessere Nervenfunktion sorgen. Als nächstes kommen raffinierte Pflanzenöle. Es gibt viele Fertiggerichte, die diese Öle enthalten, wie Rapsöl, Mais, Weizen und Sonnenblumen. Um diese Öle herzustellen, durchlaufen sie industrielle Prozesse wie Bleichen, Raffination und Desodorierung, die, um es klar zu sagen, nehmen Ihnen den gesamten Geschmack, Geruch und alle Nährstoffe. Bei diesen Prozessen werden auch Chemikalien wie Hexan verwendet. Hexan ist eine chemische Flüssigkeit, die verwendet wird, um das Öl aus den Samen zu gewinnen. Das Problem hierbei ist, dass Hexanrückstände im Öl verbleiben können, das wir essen. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Chemikalie sehr neurotoxisch ist und verletzt die Nerven in den Randbereichen des Körpers. Der große Nachteil dieser Öle liegt wahrscheinlich darin, dass sie viele Omega-6-Fettsäuren enthalten. Omega-6 Fettsäuren sind wichtig für unsere Gesundheit. Allerdings essen die meisten Menschen im Vergleich zu Omega-3-Fettsäuren zu viel davon. Dieses Ungleichgewicht macht den Körper anfälliger für Entzündungen. Der größte Schaden entsteht an den Nerven und ihren empfindlichen Strukturen. Was können Sie anstelle dieser verarbeiteten Öle noch verwenden? Natives Olivenöl oder extra natives Olivenöl sind zwei kalt verarbeitete Öle. Das sollten Sie meiner Meinung nach wählen. Beim Kochen bei hohen Temperaturen ist Kokos- oder Avocadoöl besser, weil es stabil bleibt und nicht so schnell in für sie schädliche Verbindungen zerfällt. Reden wir über Salz, das fast jeder mag. Ich weiß, dass es schwer ist, sich Essen ohne das gewisse Extra-Angeschmack vorzustellen. Aber zu viel Salz kann schlecht für die Nerven sein. Wenn Sie zu viel Salz essen, speichert Ihr Körper mehr Wasser, um den Natriumspiegel unter Kontrolle zu halten. Bedenken Sie, dass dies im Laufe der Zeit zu einem Anstieg des Blutdrucks führen kann. Und dann fangen die Dinge an, schief zu laufen. Die kleinen Blutgefäße, die Sauerstoff transportieren, und wenn sie hohen Blutdruck haben, werden ihre Nerven geschädigt. Neuropathie, die Taubheit, Kribbeln, Brennen oder Schmerzen in den Gliedmaßen verursachen kann, können im Laufe der Zeit aufgrund dieser Schäden auftreten. Eine Möglichkeit, den Salzkonsum zu reduzieren, ohne auf Geschmack zu verzichten, besteht darin, beim Kochen mehr Gewürze zu verwenden. Einige Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Basilikum und Koriander kann Ihrem Essen den Geschmack verbessern, ohne dass Sie viel Salz hinzufügen müssen. Eine weitere Möglichkeit ist, Vollwertkost anstelle von Fertiggerichten zu wählen, die normalerweise viel zusätzliches Salz enthalten. Vollwertkost wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte haben von Natur aus weniger Natrium und mehr Kalium. Kalium ist ein Mineral, das dem Körper hilft, die Wirkung von Salz zu bekämpfen. Und dann ist da noch der Kaffee, der zwar beliebt ist, aber oft falsch verwendet wird. Für viele Menschen, so auch für mich, ist es undenkbar, den Tag ohne eine Tasse Kaffee zu beginnen. Es kann nicht schaden, täglich mehrere Tassen zu trinken. Wenn Sie eines meiner Videos über Kaffee gesehen haben, Sie wissen, dass es eines der besten Getränke für unsere Nerven ist. Sie wissen, dass es eines der besten Getränke für unsere Nerven ist. Aber es ist wichtig, nicht zu viel Koffein zu trinken, wenn Sie bereits an Neuropathie leiden. Das bedeutet, dass Sie Anzeichen einer Nervenschädigung haben. Das Problem besteht darin, dass Kaffee als Stimulanz das Nervensystem schneller arbeiten lässt. Kurzfristig kann dies dazu führen, dass Sie sich wacher und konzentrierter fühlen. Aber wenn Sie zu viel Kaffee trinken, Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol wird vermehrt ausgeschüttet. Dies kann Ihre Nerven mit der Zeit empfindlicher machen und die Neuropathie-Symptome verschlimmern, wenn Sie bereits darunter leiden. Auch kann zu viel Koffein den Schlaf beeinträchtigen. Und Sie wissen wahrscheinlich bereits, dass Ruhe für die Gesundheit des Gehirns wichtig ist. Während Sie schlafen, behebt Ihr Körper alle Schäden, die er tagsüber verursacht hat. Wenn Sie zu viel Kaffee trinken und nicht genug Schlaf bekommen, Ihre Nerven haben keine Chance, zu heilen und nachzuwachsen. Wie viel Kaffee ist dann zu viel? In den meisten Büchern steht, dass man nicht mehr als 400 Handet-Mera pro Tag einnehmen sollte. Das entspricht vier Tassen Kaffee. Es gibt einen positiven Nettoeffekt auf Ihr Nervensystem auf diese Menge, weil die Dutzende von Antioxidantien in Kaffee wird Ihren Nerven eher helfen als Schaden. Wenn Sie jedoch an Neuropathie leiden und feststellen, dass Ihr Koffeinkonsum außer Kontrolle gerät, vielleicht möchten Sie etwas anderes probieren, beispielsweise grünen Tee, der weniger Koffein enthält. Sie können auch Pflanzenaufgüsse wie Minze oder Kamille probieren, die kein Koffein enthalten und zur Beruhigung der Nerven beitragen können. Fortgeschrittene Glykationsendprodukte, AGS, sind das Schlimmste für unser Nervensystem. Lassen Sie uns darüber sprechen, bevor wir über die fünf besten Lebensmittel für Ihre Nerven sprechen. Auch wenn Sie einen ausgefallenen Namen haben, bei diesen Substanzen handelt es sich lediglich um ein Zuckermolekül, das bei hohen Temperaturen mit einem Protein oder Fett vermischt wird. Zucker, der in vielen hochverarbeiteten Lebensmitteln enthalten ist, baut Fett oder Eiweiß ab. Diese Stoffe entstehen zum Beispiel, wenn die Stärke in Pommes fritt, das ist Zucker, vermischt sich bei hohen Temperaturen mit den Fetten im Öl. Ein weiteres Beispiel sind Cookies. Sie werden aus raffiniertem Mehl, Zucker und Fetten hergestellt, die gekocht und miteinander vermischt wurden. Oder Pizza, bei der sich Zucker und Käse vermischen. Diese fortgeschrittenen Glykationsendprodukte, AGS, werden mit dem Pizzaboden vermischt und Tomatensauce, die meist gesüßt und bei hohen Temperaturen gebacken werden. Was hat das mit deinen Nerven zu tun? Diese Chemikalien zersetzen die Proteine in der Myelinscheide. Das ist die Schutzhülle der Nerven. Dadurch wird die Übertragung der Nervenimpulse verlangsamt. Es gibt mittlerweile viele gesunde Lebensmittel. Süßkartoffeln in Streifen schneiden, mit etwas Olivenöl beträufeln und backen Sie sie, bis sie leicht knusprig sind, anstatt Pommes fritts zu essen. Oder versuchen Sie, Zwiebelringe statt zu braten, in den Ofen zu geben und backen, bis sie leicht braun werden. Im Idealfall sollten Sie Kochmethoden ausprobieren, die nicht viel Öl benötigen, wie Braten, Backen und sogar Sautieren. Mit diesen Methoden können Sie dennoch die gewünschte knusprige Außenseite erzielen, ohne dass diese schädlichen Glykationsprodukte entstehen. Lassen Sie uns über fünf Lebensmittel sprechen, die nachweislich Neuropathie verbessern oder sogar heilen auf unterschiedliche Weise, nachdem wir nun über die Nahrungsmittel gesprochen haben, die ihren Nerven schaden. Das erste ist Brokkoli, der ein wahres Juwel ist, wenn es um die Gesundheit ihres Nervensystems geht. Sulforafan ist eine Chemikalie, die in diesem Gemüse in großen Mengen vorkommt. Was ist an diesem Sulforafan so interessant? Die fragliche natürliche Chemikalie erweist sich als sehr gut beim Schutz der Nervenzellen vor Schäden. Es wirkt als starkes Antioxidant. Nicht nur das, aber Sulforafan kann auch helfen, die langfristige Entzündung zu beruhigen. Dies ist häufig die Ursache für Nervenschäden. Darüber hinaus ist Brokkoli auch eine großartige Quelle für Folsäure, was für das Gehirnwachstum und die allgemeine Gesundheit wichtig ist. Ein weiteres starkes Antioxidant, das Nervenzellen vor oxidativen Schäden schützt, ist in diesem Gemüse in großen Mengen enthalten. Vergessen Sie nicht, dass es Magnesium enthält, welches für die Nervenfunktion wichtig ist und heute der Hälfte der Bevölkerung fehlt. Und das bedeutet, dass der tägliche Verzehr von Brokkoli sehr gut für die Gesundheit Ihres Gehirns ist. Man kann es mit Knoblauch und Olivenöl sagen, es in Salate geben oder machen Sie sogar Brokkoli-Pesto und bestreichen Sie es mit Vollkorntoast. Das zweite Gemüse auf dieser Liste, das hervorsticht, ist Sellerie. Dies liegt daran, dass es eine großartige Quelle für Apigenin ist. Ein Nährstoff, der nachweislich zur Linderung von neuropathischen Schmerzen und Nervenschäden beiträgt. Sellerie enthält auch andere Antioxidantien, wie Luteolin, das vor Gedächtnisverlust schützt, und kognitiver Abbau, die mit dem Alter kommen, durch die Verringerung der Entzündung und verhindert, dass Nervenzellen im Laufe der Zeit geschädigt werden. Als ob das nicht genug wäre, enthält Sellerie auch viel Apigenin, eine Chemikalie, die in vielen Kräutern vorkommt, einschließlich Kamille. Diese Chemikalie hilft nachweislich bei der Schmerzbekämpf-ONG durch die Erhöhung des Neurotransmitters GABA, das das Nervensystem beruhigt und entspannt. Ausdruck Ausdruck 1 Ausdruck